Herzlich Willkommen bei der DAST GmbH und Co. KG aus Geildorf. Hier sind Sie an der richtigen Adresse für Ihre anspruchsvollen Projekte im Bereich Modell, Formen und Werkzeugbau. Das kompetente Mitarbeiter-Team berät, plant und fertigt zuverlässig für die Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie für den Werkzeug- und Sondermaschinenbau. Mit 40 Mitarbeitern werden auf rund 3.300 Quadratmetern Produktionsfläche mit modernsten Produktionsmitteln, Schäum-, Blas- und Tiefziehformen sowie Prototypen und Serienwerkzeuge für die Blechumformung gefertigt. Vorrichtungen und Modelle sowie die mechanische Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien gehören ebenfalls zum Portfolio von DAST. Die Konstruktion und Programmierung der Fertigungsaufgaben erfolgt mit Hilfe von modernsten CAD-CAM-Arbeitsplätzen. Durch die ständige Optimierung der Fertigungsprozesse und die konsequente Fortbildung der Mitarbeiter sichert DAST das hohe Fertigungs- und Qualitätsniveau. Deshalb werden schon die Auszubildenden in der eigenen Lehrwerkstatt sehr frühzeitig mit den fortschrittlichsten Fertigungsverfahren vertraut gemacht. DAST ist nicht nur zertifiziert nach DIN ISO 9001-2008, sondern lebt auch DIN ISO. Die Qualitätssicherung von DAST gewährleistet, dass Ihre Produkte die von Ihnen geforderte Maßhaltigkeit erfüllen. Zu den Leitbildern von DAST gehört, dass Sie und Ihr Projekt vom ersten bis zum letzten Arbeitsschritt im Mittelpunkt der Fertigung stehen. DAST Modell, Formen und Werkzeugbau – der Partner für Ihre anspruchsvollen Aufgaben.